Ey, ihr hattet richtig Bock auf Submerged und, äh, Airship habt da gesagt, ne? Bitte nicht, nicht bei zehn Leuten. Ja, kleiner Job. Nicht bei zehn Leuten. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Äh, Jeff, wahrscheinlich gar nicht, leider. Die ist... Ich bin Jokal, ne, ist das geil! Der Jokl. Mhm. Mhm. Ja, Sassy, Sassy, Sassy. Hier kommen mal die drei Faken. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Ja, mach das mal. Hä? Och ne, warum haben wir denn jetzt keinen Sound hier? Hallo? Hilfe! 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 aha war das Schuh, ne oh ne, tut mir das leid aha nein, Schuh, Schuh, sie hat doch alle eingeladen und jetzt fühlt ihr sie, fühlt ihr euch nicht das ist richtig schlecht ihr Schweine fühlt euch eklig jetzt ach, Mensch, ne ja, und Jeff ist auch tot, ne, auf dem Scanner furchtbar furchtbar Jeff, ich heiße Jeff ja, also ich will jetzt mal nur was in den Raum schmeißen Vlesk kam von äh, Scanner, oh nein, don't do it aha jetzt bist du tot jetzt bist du tot als es dunkel wurde als es dunkel wurde ist, ähm, Vlesk am mir vorbeigelaufen also ist aber zum Labor wieder rausgelaufen dann hab ich ihn verloren siehste, Elle kann ihn komplett rausnehmen also es war eigentlich ganz schön useless Steffi, mach's gut ich weiß auch, weil es halt weil es nicht stimmt es ist gelogen ich weiß da oben, da oben ist doch der Medi-Groob und ganz oben rechts ist der Scanner, oder nicht mhm, aber ich kann mir von links weißt du, weißt du, mach das, ja wir haben es doch gerade in Dekontaminationsraum getroffen ja, aber ich kann mir nicht von rechts vom Medi-Scanner ich kann mir von links ist gelogen er lügt vorhin, ne volle Kanne also ich weiß es ehrlich gesagt nicht ich glaub, also jetzt noch, es gibt noch mal Dekontaminationsraum gibt es doch nur einen Eingang, oder nicht Sekunde lasst uns den Abend wholesome beginnen wir können später immer noch accusen und lügen und hier skippen ja ich würd auch noch mal skippen, ne aber seid vorsichtig, Freunde wenn euch was Pinkes tötet, schreit okay machen wir dann ne Party zu meinem 18. ja alles Gute happy birthday noch nicht, noch nicht, noch nicht ich bin noch erst 8 ach so was hast du denn da auf dem Kopf? ne, weiß ich nicht mhm sieht aus wie so ein Nöppes hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih dazu sagen, ich schäme mich ein wenig. Die arme Schuhe, aber es war nun mal eine gute Gelegenheit, weil wir lange nicht gesehen wurden. Ne? Wir wurden leider lange nicht gesehen und deshalb war das ein sehr guter Kill, ne? Die einfachen Freuden des Terste. Die einfachen Freuden. Oh, da steht ja jemand. Schnell verpissen, Alter. Schnell verpissen. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen, der arme Tim. Wir halten aber auch hier gerade rein, ne? Wir halten aber auch rein. Das muss man aber jetzt auch mal sagen, hier, ne? Tim Horus liegt da, wo man spawnt. Im Dropship. Weiß ich nicht, wie das heißt. Da, wo man spawnt, wir alle haben diesen Tisch. Da oben links liegt er in der Ecke. Er mordet. So, okay. Vielleicht war die Snitch und wollte gerade reporten. Hm. Hm. Also, Sana war gerade mit mir bei Lights. Hm. Ja. Und ich... Und Linda war mit mir in Specimen, glaube ich? Und davor war ich mit Sana beim Schießen, bei Weapons. Wir haben zusammen geschossen. Ja, ich bin aus Specimen gekommen und da lag der schon da. Da liegt er wohl schon eine Weile oben dann. Vielleicht hast du mich in den Specimen gesehen, wenn Licht aus war. Da war nicht immer Licht aus. Ich hab nicht gesehen, während Licht nur an war. Da stand es an diesem Einsortier-Dingens dran. Okay, ja. Und ich stand an der Zahlen. Da hab ich dich nicht gesehen. Nein, Tarsk. Ich muss auch sagen, da unten war nicht immer Licht an. Äh, aus. Darüber muss ich Flesk voll zustimmen. Ich bin auf seiner Seite. Okay, ihr beide seid so. Nee, du hast ihn ja voll accused. Oh, das war ein Roleplay von mir. Und in Wahrheit ist es Terste, der normalerweise nie so viel schweigt. Der hört nie nur zu. Der redet sehr viel. Terste? Weiß jemand, wann die Kills gefallen sind? Äh, ja. Zwischen dem letzten Meeting und diesem, ne? Wow. Okay, dankeschön. Der erste, sag ich so hochgradig. Der erste, sag ich so hochgradig. Der erste, sag ich noch irgendwelche letzten Worte, bevor wir nicht alle gemeinschaftlich voten. Näh, 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 näh. Näh, jetzt hier nicht trollen. Nicht trollen. Ich war grad bei Lights mit Sana. Voten die nicht. Die würde ich jetzt auch rausnehmen. Die Killer voten mich jetzt wahrscheinlich. Das ist schlecht. Nein, voten die nicht. Ah, guck mal, da gehen die Vots raus. Nein, ich vote Vlesk. Der ist doch böse. Ah, Gott sei Dank. War dann knapp. Oh mein Gott. Da hätte ich ja mein Time-Ausher-Schild nur in Time drücken sollen. Oh nein. Gott sei Dank. Ja, geil. Ich hab Spaß, ne? Mir macht das Spaß. Mir macht das ne Menge Spaß. Ne? Nein! Hab ich dich denn zerfischt? Ja, ja. Tschuli, warum? Einfach AFK ermordet. Ich fand das ziemlich gemein. Ich hab nur spürt, du bist böse. Du hast es gespürt. Ich war Sheriff. Ja. No. Ja, Schuder, tut mir leid, ne? Das war echt böse. Ja, alles gut. Das war böse und gemein, ne? Ich hab nur überlegt, ob ich schieße, weil ich war ja auch Sheriff, aber... Ach so. Weil die Tür war da voroffen und ich dachte mir, warum kommt mir keiner entgegen? Das fand ich sehr, sehr weird. Ich persönlich glaube ja, drei Killing-Rolls ist ein bisschen zu hart bei zehn. Das ist... Das ist aber ja nicht nächste Runde. Das ist ja nicht jede Runde, meinte ich. Oh, Terz, der war Jackal. Das stimmt. Ja, ja. Wir können auch Jackal mit der gleichen Spawn-Chance wie jede andere Rolle machen, wenn ihr wollt. Ja? Hm. Okay. Ja? Ja, also Jackal und Imposter töten sich ja manchmal schon auch gegenseitig. Genau, ja. Das schlimm ist, dass ich es nicht denke.